Ja, und jetzt? Hallo? Jetzt hatte ich keine Ahnung mehr. Doch, er läuft. Er weiß schon, wo er hin muss. Ach so. Hey, da kann man auch raus. Aber ich gehe lieber mit ihm. Passt der da durch? Der passt doch niemals durch dieses kleine Löchlein durch, oder? Da passt er doch niemals durch. Ah, locker passt er. Der passt da doch niemals. Oh, sein Kopf zumindest. Also, du zumindest. Er bleibt einfach hier. Wow. Ich hätte eigentlich auch einfach unten durchgehen können. Aber ich wollte den umständlichen Weg machen. Sorry, vor fünf Minuten. Halt dein Maul! Halt dein Maul! In anderen Spielen hätte ich so Erfolg gehabt. In anderen schlechteren Spielen wahrscheinlich. Ich komme hier echt nicht weiter. Ja. Ach, da ist ein Gang. Dass du überhaupt noch Kraft findest nach dem eben, Alter. Das ist zu... Tatsache. Ja, ach was. Da kann ich auch noch raus. Nach dem Balkon. Willkommen in Balkonien. Ich überlege. Also, da kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Es ist mega dunkel hier. Ist das eigentlich ein Abgrund? Auch von da kommen wir, glaube ich, oder? Ja. Du kannst gerne wieder hingehen, wenn du mal stehst. Ich glaube, dass ich da hoch muss, war, glaube ich, gar nicht mal so falsch, der Gedanke. Weil sonst... Was soll man sonst machen? Wo bin ich denn schon wieder? Er macht das schon von alleine. Okay, das heißt, das muss der richtige Weg sein, wenn der kleine Knabe sich mal beeint... Nein! Der kleine Knabe trollt dich die ganze Zeit. Guck mal, du kannst doch vielleicht nicht da... Ah, ja, ich habe es schon wieder verkackt. Ich sehe schon. Wie weit kann ich denn hin? Einmal rum. Und dann sind wir noch nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich eh nach da unten. Probieren wir es mal aus. Das kann gut sein, oder? Du hast ja keine Möglichkeit mehr, dann hochzukommen, oder? Vielleicht muss ich nicht hoch. Vielleicht bin ich ein Rebell. Und du haust jetzt einfach ab. Ich kann doch jetzt die Tür... Ich kann jetzt von der anderen Seite da rein und kann die Tür aufmachen. Pass mal auf. Uiuiui. Passt du mal auf. Nein. 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 Aber der kann irgendwelche Naruto-Techniken machen. Ich dachte, der klatscht jetzt eine Runde. Das ist echt eine Cutscene. Das ist echt eine Cutscene. Ich glaube, jetzt muss ich rennen. Oh Gott, oh, er ist da! Er hat mich wieder gerettet und ich backe in seinem Mund rum. Hatten wir eigentlich... lol. Hat er noch ein Screenshot gemacht? Ja, ich habe gerade ein Screenshot gemacht. Hatten wir schon erfahren, ich glaube am Anfang war das, oder warum er eigentlich da ist, wo er ist? Wenn, dann habe ich es vergessen. Ja, ich auch, weil wenn er da hingelaufen ist, dann muss er alles schon mal gemacht haben. Awww. So süß. So, weiter geht's. Du weißt wohin, Buddy. Buddy weiß wohin. Oder auch nicht. Auf geht's! Versucht ihr jetzt überhaupt irgendwas zu machen? Nein, ich glaube überhaupt nicht. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da rüber? Vielleicht müssen wir da rüber. Oh doch, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht sogar gut aus. Was macht ihr? Immer noch spielen. Das sieht gut aus. Ja, langsam, langsam mangelt er sich voran. Ich hoffe, du hast meinen Rage-Anfall nicht mitbekommen gerade eben. Ja doch. Oh je. Alle fünf. Wo seid ihr denn jetzt? Gerade ist alles eingestürzt. Und ich habe einfach mal, ich glaube eine halbe Stunde, ähm... verschwendet, als ich Futter für ihn versucht habe zu beschaffen. Naja, das sind eigentlich zehn. Aber es hat sich angefühlt wie dreißig. Hm. Ich gehe erst oben rum. Oben rum ist auch für mich schöner aus. Ah! Aber hier geht's nicht lang. Okay, falscher Alarm. Wir müssen doch nach unten. Entschuldigung. So. Ah, da seid ihr. Mir gefallen große leere Räume nicht. Das sieht aus wie so eine Arena. Das sieht mega aus wie eine Arena. Mir gefällt das nicht. Wie viel Prozent haben wir schon durch? Ungefähr? Ich würde jetzt ganz grob tippen. Ein bisschen was über 60. Ja, dann können wir es doch heute noch schaffen. Oh, das sehe ich schon. Ich sehe schon die ersten... Das sind welche. Ich wusste es. Ja. So, jetzt muss ich wieder die an... die mit dem Schild muss ich jetzt wieder anstürmen. Da hinten. Ja, das Essen mache ich gleich. Aber erst mal... Ups. So. Zerstöre ihn. Ah! Lass mich in Ruhe. Oh, der hat das Schild wieder aufgehoben. Nochmal. Nein. Nein. Das ist so cool. Nein. Ist noch einer mit Schild? Oh, der eine kann das Schild wieder aufheben. Uiuiuiuiuiuiuiui. Jahh... Wie du rumwackelst. Ahhhh. Wie du rumwackelst. Ah. Also... Der größte Feind in diesem ganzen Spiel ist immer noch der Kameramann. Hat der wieder sein Schild aufgehoben? Ne, hat er nicht. Waren das alle? Ich hoff's. So, und jetzt muss er wieder gekrault werden. Ja. Er kämpft, glaube ich, noch nicht. Echt? Ah, jetzt, okay. Perfekt. So, wo war Essen? Wo hast du Essen gesehen? Ich kann das jetzt eigentlich straight rüberjumpen. Da war Essen. Und so ne komische Assi-Kreatur hat uns vom Berg runtergeschubst. Ja, das war so ein König-der-Löwen-Moment. So ne andere. Und dann war, ähm, Tirico war so am Felsen, am Abgrund. Und dann kam das andere Vieh und dann haben die so einen langen Lebe-der-König-Moment gehabt. Und dann hat er uns runtergeschubst. Was schnuppert der da süß? Ach so. Ne. Er weiß schon, was zu tun ist. Hat er jetzt ein Tor aufgemacht? Oh, ja. Aber welches Tor? Du kannst übrigens, wenn Trico gerade an was rumfummelt, ihm dann die Gewissheit geben, dass es richtig ist, indem du nochmal drauf zeigst. Ah, okay. Das heißt, er war sich grad unsicher. Ja. Ach so. Das ist wahr. Na komm. Ah. Oh. Oh Gott, ist das niedlich. Du bist so ein süßes Ding. Das waren tatsächlich solche... Das war tatsächlich ne Arena. Ich hatte recht. Also so ne... Das sah ja auch stark danach aus. So ein Kolosseum-Ding. So ein Kolosseumvieh. Verrückt. Ein und dasselbe. Ja. Ja. Also, ja. Das ist kaputt. Kolosseum-Arena. Obwohl ich weiß gar nicht, ob Kolosseum jetzt nur das eine Kolosseum ist, ob das der Name ist, oder ob das allgemein gültig ein Begriff ist. Müssen wir eigentlich mal googeln. Wir fragen Alexa. Alexa? Tanzt du mich? Das ist keine im Raum. Ne. So. Mit denen... Das wirkt, als müsste ich mit denen irgendwas machen. Aber was? Was haben wir denn hier alles im Raum? Nach oben? Geht nicht. Ich weiß grad nicht, wo wir hin müssen. Zu welchem Weg... Also, welchem Weg wir einschlagen müssen. Das hier... Hier geht's auch nicht weiter. Au. Vielleicht muss ich mich drauf stellen und der zieht mich, oder so. Das wär ja Luxus. Gefehlerabteil. Oder was? Zieh mich! Also, er spielt damit auf jeden Fall. Wenn du das Spiel nennst, ja. Oh, ich hab ne Idee. Was ist? Wenn ich so mach und dann katapultiert er mich nach oben. Ach du Scheiße. Wow! Au! Okay. Ich hab des Rätsels Lösung. Jucke Nowakinschaft. Damit nach unten schief. Ja. Go! Love and